Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rainer von Voxom. Ich stelle euch heute unsere Multitools vor, die kleinen Helfer für unterwegs. Hier ist unser kleinstes Tool, das WK16 mit einem 4er, 5er, 6er Imbus und T25 Torx. Hier ist unser WK17, hier haben wir zusätzlich ein 2,5er und 3er Imbus, sowie ein Kreuz- und ein Schlitzschraubendreher. Hier ist unser WK18 mit insgesamt 14 Funktionen, zusätzlich zum WK16 haben wir hier nochmal ein 8mm Imbus, T27, T30 Torx und auch nochmal zwei verschiedene Größen an Schlitz- und Kreuzschraubendreher. Der eine muss hier rausgezogen werden, um an die verschiedenen Größen zu gelangen. Hier ist jetzt unser WK19 mit 22 Funktionen, also wirklich die kleine Werkstatt für unterwegs. Zusätzlich zum WK18 haben wir jetzt hier einen T40 Torx mit dabei, Speichenschlüssel für 3,2 beziehungsweise 3,5 mm Nippel und auch einen Mavic Nippelspanner. Des Weiteren haben wir hier, ganz wichtig, einen Flaschenöffner und einen Kettennieder. Zum Transport für die Werkzeuge empfiehlt sich unsere WKD-2-Dose. Das Ganze ist innen drin mit einem Schaumstoff ausgekleidet, damit nichts klappern kann. Passt wunderbar in eurem Flaschenhalter und ihr habt auf jeden Fall genug Platz noch, um Schlauch etc. einzupacken. Das war's für heute. Bis bald. Happy Trails and Bike on. Euer Rainer.